Hallo und herzlich willkommen in der Bezirksapotheke Gensendorf. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Neben dem herkömmlichen medizinischen Bedarf und Medikamenten unterstützen wir Sie bereits seit 1904 mit hochwertigen Produkten der Alternativmedizin, medizinischen Pflege- und Kosmetikartikeln sowie Nahrungsergänzungsmitteln. In Eigenherstellung mischen wir außerdem Salben und Cremes nach individueller Rezeptur unter höchsten hygienischen Bedingungen genau für Sie und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt an. Sichern Sie sich Ihre persönliche Mitgliedskarte und profitieren Sie von unserem Jahresbonus und kostenfreier Lieferung nach Hause. Oder besuchen Sie uns vor Ort und nutzen Sie unser Angebot verschiedener Vorsorgetests. Wir prüfen unter anderem Blutdruck, Cholesterinwerte und Blutzucker und können so mögliche Erkrankungen frühzeitig erkennen. Lassen Sie sich von unserem Apothekenteam zu allen Fragen in Sachen Gesundheit und Arzneimitteln beraten. Wir freuen uns auf Sie! Ausatmen! Untertitelung des ZDF, 2020